Moin YouTube, willkommen zu dieser Ausblick-Folge. Wir wollen euch die VELOS vorstellen, ein neuer europäischer Zerstörer, der die griechische Nation im europäischen Baum vertreten soll. Es ist ein Zerstörer der Fletcher-Klasse, der geschichtlich auch existiert hat und in diesem Video wollen wir uns einfach mal angucken, wie Wargaming die VELOS interpretiert. Denn die wird anders sein, als das, was die Fletcher standardmäßig mitbringt. Morgen Seekräuter und Wohnzimmerkapitäne, schön, dass ihr mit einem Start seid. Ich hoffe, euch geht's gut und wir wollen hier mal wieder in die virtuelle Dampfschifffahrt so ein bisschen einsteigen und uns die VELOS, die jetzt als Testschiff bei mir im Hafen angekommen ist, uns ein bisschen genauer angucken. Ich sagte ja eingangs schon, es ist ein Schiff der Fletcher-Klasse, auch wenn es von der Brücke her jetzt gar nicht im ersten Moment so aussieht, ist natürlich überarbeitet worden, modernisiert worden. Aber es gibt halt eine Geschichte dazu, die mir Chronogramm zur VELOS wieder zur Verfügung gestellt hat. Die möchte ich euch jetzt einmal näher bringen. Die VELOS hieß ursprünglich USS Carnet und war Teil der Fletcher-Klasse. Sie wurde am 18. Mai 1943 in Dienst gestellt und war im 2. Weltkrieg im Pazifik aktiv. Dort nahm sie ein Unternehmen bei Tarawa, den Marshall Islands, Kuruk, den Marianne und den Philippinen teil. Nach dem Krieg wurde sie 1947 der Reserve zugeteilt. 1959 wurde sie in Griechenland übergeben und in VELOS umbenannt. Sie nahm an Operationen gegen die Türkei während der Zypern-Krise und allen NATO-Manövern Griechenlands teil. Während eines solchen Manövers kam es an Bord der VELOS am 25.05.1973 zu einer Meuterei, als die gesamte Besatzung sich weigerte, nach Griechenland zurückzukehren und stattdessen in italienischen Gewässern ankerte. Damit sollte gegen die Zustände der Militärdiktatur in Griechenland protestiert werden. Einen Monat später wurde das Schiff von einer Besatzung nach Griechenland zurückgebracht, die vorher quasi als Ersatz zu dem Schiff gebracht wurde. Die Besatzung kehrte dann nach Griechenland zurück, also die ursprüngliche. Einige der hohen Offiziere sowie der Kapitän des Schiffes blieben bis zum Ende der Diktatur 1974 als politische Flüchtlinge in Italien. 1991 wurde die VELOS außerdem gestellt und 1994 zum Museumsschiff gemacht. Also wir können sie nämlich heute noch in Athen uns angucken, als Museumsschiff eben. Bei der Panzerung gibt es bei der VELOS eigentlich nichts Besonderes zu erzählen. Sie hat die übliche Empfindlichkeit von Zerstörern, die wir im Spiel schon haben. Wir haben auch keine verstärkte Mittelsektion von der Panzerung her oder irgendwas. Sie ist genauso empfindlich wie eben eine Fletcher auf T9, die wir schon im Spiel haben oder eine Black oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Sind ja alles beides auch Schiffe der Fletcher-Klasse. Ringsrum 19mm Panzerung und bei den Aufbauten hier haben wir dann 13mm. Das ist eben der springende Punkt. Wir müssen uns, wenn wir offen sind, dementsprechend auch vor Beschuss von Kreuzern, anderen Zerstörern und HE-Granaten allgemein in Acht nehmen. Wenn es große AP sind, dann machen die natürlich wieder nur 10% des Alpha-Damage. Reicht aber bei Schlachtschiff-AP-Granaten trotzdem aus, weil 10% von dem Alpha ja immer noch relativ viel ist. Bevor wir jetzt gleich die Werte so ein bisschen auseinandernehmen, gehen wir erstmal hier ins Close-Up und ich will euch ein bisschen nebenbei zu dem Schiff was erzählen. Hier vorne ist natürlich markant sofort zu erkennen, dass wir hier zwei Geschütztürme 127mm Kaliber dann dabei haben. Danach kommt dann schon die modernisierte Brücke, kann man sagen. Und hier diese Hedgehogs, so hat sie sich das glaube ich damals genannt, die dann eingesetzt wurden, um U-Boote frontal zu bekämpfen. Hydropon war hier vorne am Zerstörer im unteren Bereich. Das sieht man bei der Panzerung angebracht und so konnte man direkt nach vorne die U-Boote bekämpfen. Man musste nicht rüberfahren. Das eigene Motorengeräusch hat dann die Peilung zum U-Boot eben unterbrochen oder eben nicht mehr so konstant haben lassen. Und deswegen hat man dann mit diesen Hedgehogs nach vorne die ganze Sache abfeuern können und damit die U-Boote doch sehr stark bekämpft, wo die auch nur bei Aufschlag detoniert sind tatsächlich diese Bomben. Dadurch konnten auch die U-Boot-Fahrer jetzt nicht mehr ganz klar die ganze Sache so richtig mitbekommen. Eigentlich erst dann, wenn es schon zu spät war. Aber das war jetzt ein Ausflug in Sachen U-Boot-Bekämpfung. Weiter geht es dann hier mit der Flugabwehr, die wir hier dabei haben. Wir haben hier 3x2, 76,2mm in einer MK33-Lafette mit dabei. Hier sind 2 Stück und irgendwo muss hier noch was dabei sein. Genau, hier haben wir 2 und da haben wir nochmal 2. In der Mitte haben wir einen Torpedowerfer dabei. Ihr seht es hier schon. Ein Fünffachwerfer, 533mm Torpedos. Mit einer relativ kurzen Nachlehrzeit gehen wir gleich nochmal drauf ein. Hinten kommen dann weitere 227mm Geschütztürme, die übrigens auch zur Flugabwehr teilweise dann mit rein zählen. Ihr könnt natürlich die Hauptgeschütze weiterhin auch benutzen, auch wenn gerade Flugzeuge angreifen. Das zählt halt nur in die kontinuierliche Schadensberechnung trotzdem mit rein. Dann haben wir hier Wasserbomben mit dabei. 2 Ladungen werden wir hier an Bord haben. Jede Ladung hat dann 12 Bomben und das ist der Hammer. 5100 Alpha Damage. Alle 40 Sekunden haben wir dann eine Ladung wieder zur Verfügung. Das heißt, da geht es also auch ordentlich ab. Wenn das U-Boot wirklich in der passenden Position ist, dann hat das Ding nicht mehr viel zu lachen, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Dann haben wir hier auch schon den Namen in griechischen Buchstaben am Rumpf unten zu sehen. Ist also auch passend. Und dann wird es was Besonderes bei den Torpedos geben. Das kann man jetzt schon mal sagen. Zumindest für einen europäischen Baum ist es was Besonderes. Da spoilere ich euch jetzt gerade so ein bisschen. Und ihr seht jetzt auch hier noch die alte Fletcherbrücke. Diese Andeutung, ja, hier fehlen so ein bisschen die Rundung bei der richtigen Fletcher auf T9 bei den Amerikanern. Ist halt hier so ein bisschen rund. Hier ist es jetzt eckig. Das heißt, der Teil ist eigentlich nur davor gebaut. Quasi die schönen Wetterbrücke oder wie auch immer man das sagen möchte. Naja, kleiner Spaß am Rande. Ich hoffe, ihr seht mir das nach oder konntet jetzt auch ein bisschen schmunzeln. Und wir wollen jetzt einmal dann gleich in die Werte bei dem Schiff hier reingehen. Bei der Überlebensfähigkeit fangen wir natürlich an. Und da haben wir nur 17.100 Trefferpunkte. Und das ist selbst für einen T9 Zerstörer jetzt nicht gerade sonderlich viel. Das ist eigentlich so ein Mittelfeldbereich, kann man sagen, mit 17.100 Trefferpunkten. Da gibt es definitiv einige Schiffe, die einiges mehr zu bieten haben in dem Bereich. Und ich gucke jetzt hier gerade mal, ob ich euch das gerade mal so ein bisschen präsentieren kann. Die Paolo Milio, die Felix Schulz haben alle über 24.000 Trefferpunkte. Die Tashkent über 21.000. Adriatico, Kita Kasa auch jenseits der 20.000 Trefferpunkte und so weiter. Also wir sind da wirklich, es gibt so 20 Zerstörer aktuell im Spiel. Und mit den 17.100 Trefferpunkten sind wir genau auf Fletcher und Black Niveau. Und das ist Position 15 und 16 im Ranking. Nur damit wir das mal so ein bisschen einsortiert haben. Weiter geht es dann eigentlich schon mit der Hauptbatterie. Und was hier halt auffällt ist, dass wir hier nicht fünfmal einen Turm haben, 127 mm, sondern dass wir hier nur vier Türme dabei haben. Dafür ist die Ladezeit hier dann mit zweieinhalb Sekunden angegeben. Wir haben 5,3 Sekunden für die Turmdrehdauer. Die Streuung mit 106 m ist natürlich gut für Zerstörerverhältnisse ganz normal. Ja, wir haben einen ganz normalen Sigma-Wert 2.0, der hier mit dabei sein wird wahrscheinlich. Zumindestens, ja, work in progress. Und ja, 12,1 Kilometer Feuerreichweite ist dann in dem Metier, wie wir das schon kennen. Die Fletcher hat 11,8, glaube ich. Jetzt haben wir hier halt 300 Meter mehr zur Verfügung. Der Alpha-Damage HE und AP ist überhaupt nichts Besonderes. Keine verbesserten Abbreiwinkel, soweit ich das weiß. Und auch vom Alpha-Damage her sind wir genau auf Fletcher-Black-Niveau. Durchschlagskraft ist okay. Also ein Sechstel, ne, 21 mm. Und die Mündungsgeschwindigkeit ist auch komplett identisch mit dem, was wir den Amerikanern kennen. Also einen Ticken bogiger als das, was wir aktuell im Spiel haben. Was mir hier besonders gut gefällt, ist die schnelle Turmdrehgeschwindigkeit. Also wenn wir Ziele links, rechts bekämpfen, dann sind die Türme relativ schnell in Position. Die Ladezeit zweieinhalb. Gut, müssen wir dann mal genauer angucken, ob wir das jetzt, wie wir das Schiff denn eigentlich genau skillen. Dazu müssen wir uns ja noch die andere Bewaffnung angucken, die wir jetzt hier dann mit dabei haben. Bei den Torpedos, da ist es nämlich nur ein einfacher Fünffachwerfer. Wie die Abwurfwinkel da sein werden, kann ich natürlich jetzt schlecht sagen, weil ich das Schiff noch nicht gefahren bin. So wie die Position ist, denke ich, werden sie ganz okay sein. Einzelfächer oder Mehrfachfächer ist mir jetzt hier nicht ganz klar. Ich vermute, es wird so europäisch angehaucht sein. Also ein breiter und ein etwas schmalerer Fächer würde ich jetzt einfach mal schätzen. Das ist kein Nicht-Tatiket irgendwie weiß oder so. Bei den europäischen Zerstörern haben wir es ja immer ganz häufig, dass die dann sehr schnelle Torpedos haben. Aber ja, einen geringen Alpha-Damage. Hier ist es eben so, dass wir eine sehr kurze Nachlehrzeit haben. Wir haben 10,5 Kilometer Reichweite, was uns zumindest außerhalb der amerikanischen Radar-Reichweiten hält, aber uns reinbringt in die russische Reichweite. Logischerweise, wenn wir die Tops abwerfen wollen, müssen wir halt diese Radar irgendwie triggern erstmal beim Gegner und danach dann quasi die Sache wieder ausnutzen. Wir haben hier 19.033 Alpha-Damage und ich vermute dadurch, dass die Werte soweit alle identisch sind, bis auf die Nachlehrzeit der Torpedowerfer, dass hier einfach auch die amerikanische Wassereinbruchswahrscheinlichkeit dann dabei ist bei der Fletcher. Ich gucke jetzt hier sicherheitshalber nochmal nach, dass ich euch auch das Richtige sage. Das sollten 323% Wassereinbruchswahrscheinlichkeit sein, wenn es wirklich komplett identisch ist. Ich kann es noch nicht 100% auslesen, weil die Leute, die diese Sachen immer analysieren und dann zur Verfügung stellen, hier natürlich für die Velos das noch nicht so weit in Erfahrung gebracht haben. Mit 66 Knoten haben wir jetzt auch nicht einen Torpedo, der super schnell ist. Ja, es ist halt ein Einfachwerfer und das war's. Das Besondere hier dran ist, dass wir sie sehr schnell wieder zur Verfügung haben. Das ist eigentlich das Besondere. Und der Alpha Damage für die europäische Zerstörerlinie ist der Alpha Damage verdammt hoch. Das kann man schon so notieren. Im Vergleich zur Fletcher ist das aber wiederum nichts Besonderes, außer die Ladezeit in dem Sinne. Zu den Wasserbomben, da habe ich ja dann schon eben einiges gesagt. Da hat man jetzt hier nochmal schön den Überblick. Aber der Alpha Damage ist auf jeden Fall mal mega stark. Selbst wenn das U-Boot da nicht so in der Nähe ist, wird da immer noch ordentlich Schaden am U-Boot hängen bleiben. Vor allen Dingen, weil man das ja auch alle 40 Sekunden dann wieder parat hat. Bei der Flugabwehr hatte ich eben schon die Geschützer einmal ganz kurz vorgestellt. 147 kontinuierlicher Schaden ist jetzt auch nicht besonders stark. Da ist die Fletcher sogar besser aufgestellt vom Schaden her. Wir haben hier defensiv mit Flakfeuer dabei. Da gucken wir uns gleich an, ob es das amerikanische oder europäische ist. Also der europäische ist dann quasi das standarddefensive Flakfeuer. Der Amerikaner, der hat ja bei dem kontinuierlichen Schaden eine höhere Verbesserung drin. Hier bei den Granatenexplosionen haben wir immerhin drei Stück dabei. Die Reichweite von 5,8 ist in Ordnung. Sorgt aber dafür, dass wir auf jeden Fall die Flak ausmachen müssen, wenn wir mit dem Zerstörer hier im Wasser unterwegs sind und nicht aufgeklärt werden wollen. Beziehungsweise uns vorher schon verraten wollen, bevor wir eigentlich normal aufgeklärt werden würden. Und dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Und da sehen wir bei der Höchstgeschwindigkeit her auf jeden Fall besser aus, als das, was die Fletcher standardmäßig kann. Da sind wir so zweieinhalb Knoten oder zwei Knoten schneller ungefähr. Beim Wendekreis sind wir 40 Meter größer, also in dem Sinne negativer als bei der Fletcher. Die Ruderstellzeit ist mit 3,9 Sekunden angegeben. Und damit aber im normal operativen Rahmen fällt jetzt nicht sonderlich irgendwo raus, wo ich sagen würde, da ist ein Riesenproblem. Interessant ist auch die Erkennbarkeit zu Wasser. Denn wenn wir hier komplett auf Consumment skillen, kommen wir hier auf 5,8 Kilometer und können damit sicherlich auch auf der Stufe 9 vernünftig arbeiten. Erkennbarkeitsluft ist 3,4. Darum sage ich, wir müssen die Flak auf jeden Fall ausmachen. Wenn wir Doppelconsumment geskillt haben, kommen wir bestimmt noch weiter runter. Das dürfte dann so unter die 3-Kilometer-Grenze auf jeden Fall gehen. Und jetzt kommen wir zu den Verbrauchsmaterialien. Und wie wir es so häufig haben, lassen sich dann für ein Premium-Schiff in dem europäischen Baum immer noch mal was Besonderes einfallen. Die Smalan hat Radar, die Ragnar hat auch irgendwelche Besonderheiten mit Reparatur und Radar und so weiter. Und hier haben wir jetzt bei der Veloz einen europäischen Zerstörer mit Nebel. Da kommen wir gleich zu. Wir fangen vorne an. Schadensbegrenzungsteam. Ganz normal. Nichts Außergewöhnliches. Brauche ich gar nicht weiter darauf eingehen. Unbegrenzt verfügbar. Und dann kommen wir eben zu dem eben genannten Nebelerzeuger. Wirkungsdauer 30 Sekunden. Und wir haben dann über 2 Minuten Nebelwand. Das heißt, wir haben einen amerikanischen Nebel, den wir jetzt im europäischen Baum dann benutzen können. Standardmäßig sind dann hier 3 Aufleidungen dabei. Allerdings haben wir hier auch einen sehr langen Cooldown mit 160 Sekunden. Beim Motorboost. Ja, da können wir dann noch ein bisschen Steigerung erreichen. Kommen dann wahrscheinlich über 40 Knoten. Spätestens mit Sierra Mike sowieso ganz sicher. Und da sind wir dann 2 Minuten aktiv. Und dann gibt es defensives Flakfeuer. Und was soll ich sagen? Es ist eben das Standarddefensive Flakfeuer. Kontinuier Schaden 50%. Schaden durch Granatenexplosion plus 300%. Wenn wir diese Sache eben benutzen. Und damit werden wir halt nicht so richtig gut sein als europäischer Zerstörer. Die sind ja nur mit Abstand die stärksten Flugabwehrzerstörer im Spiel. Wenn wir jetzt die Haller nehmen. Und da können wir uns überhaupt nicht mit messen. Auch nicht mit der Österjötland. Die ja ebenfalls auf der Stufe 9 eigentlich unterwegs ist. Da sind wir hier mit der Velos definitiv unterlegen. Darum Flak ausmachen. Und dann unterstützen, wenn es gerade passt. Ich habe jetzt eben mal schnell das Schiff geskillt. Wie ich in meine ersten Gefechte mit dem neuen Testschiff gehen werde. Ich habe jetzt hier halt in Slot 3 die Torpedowerfermodifikation eingebaut. Als Besonderheit. Die anderen Sachen sind eigentlich mehr oder weniger normal für einen Zerstörer. Ja, Schutzsystem der Manövrierbarkeit natürlich. Weil wir da besonders empfindlich sind als Zerstörer. Hier Antriebsmodifikationen. Um aus dem Nebel relativ schnell rauszukommen. Wenn wir eben torpediert werden. Oder irgendwie solche Sachen. Dann kann man eben besser anfahren. Tarnung ist klar. Und hier habe ich mich jetzt erstmal für die Hauptbatteriemodifikation 3 entschieden. Um die Ladezeit zu verkürzen. So komme ich dann auf 2,2 Sekunden übrigens. Die Turmdrehzeit geht nur auf 6,1 Sekunden. Für die 180 Grad kehre dann hoch. Bei den Signalen ist denke ich mehr oder weniger klar. Dass wir hier die beiden Brandflaggen mitnehmen. Die Flutungschance noch weiter nach oben pushen. Das defensive Flakfeuer. Ach, das nehme ich hier raus. Das ist jetzt hier nur der Standardvorschlag. Dafür verstärke ich dann lieber die Flugabwehr. Weil, ja, das habe ich halt 3 mal. Hydro haben wir eh nicht dabei. Wir verlängern den Nebelwerfer. Dann haben wir nicht 30, sondern 34 Sekunden. Sierra Mike, November Fox auch dabei. Anti-Deto-Flagge dabei. Gut, das war's. Wir haben hier natürlich definitiv eine Sache, die ein bisschen problematisch ist. Uns fehlt natürlich das Hydro, obwohl wir so einen sehr langen Nebel haben. Das heißt, wir müssen uns da auf jeden Fall immer sehr vorsichtig positionieren mit unserem Zerstörer. Wenn wir im Nebel unterwegs sind, weil Nebel nun mal typischerweise immer Torpedos anzieht. Was habe ich beim Kapitän geskillt? Erstmal die Standardskillung hier, weil wir auch ganz dabei haben. Das ist irgendwie so, für mich wirkt das so ein bisschen wie so eine Mehrzweck-Didee. Nicht ganz klar Gun, weil dafür einfach die Menge der Trefferpunkte so ein bisschen fehlt. Finde ich persönlich zumindest. Aber wir haben auch interessante Torpedos durch den hohen Alpha. Man muss dann nachher gucken, wie der Abwurfbereich ist. Ob Einzelabwurf möglich ist und wie die Winkel so im Allgemeinen dann sein werden. In meiner Version, da ich euch jetzt hier auch die Torpedogeschwindigkeit nochmal geskillt habe, erreiche ich dann 73 Knoten. Und die Wassereinbruchwahrscheinlichkeit ist dann natürlich auch nochmal deutlich nach oben gepusht worden. Durch die Signalflagge. Wir haben ein bisschen die Brandwahrscheinlichkeit gesteigert. Von 5 hoch dann durch die Signalflagge und den Kapitän auf 7%. Hier auch nochmal die Tarnung mit dabei. Dann sind wir bei den 5,8. Durch die Sera Mike sind wir schon bei 39,9. Und dann eben 8% obendrauf bei der Geschwindigkeit, die wir dann erreichen, wenn wir das auslösen sollten. Ja, so werde ich das testen. Wenn ich Beschuss habe und Schaden nehme, kann ich dafür nochmal schneller nachladen. Das sollte einiges helfen. So, und das ist der erste Eindruck, den ich jetzt hier von dem Zerstörer habe. Es ist so, ja, irgendwie in der Mitte angesiedelt. Ich bin jetzt nicht so richtig, ja, geflasht von dem Zerstörer. Es ist halt jetzt nichts super Besonderes. Es ist ein bisschen anders ansortiert und hat ein paar andere Vorzeichen, die man typischerweise eben von europäischen Zerstörern nicht kennt. Jetzt müssen wir gucken, wie sich das Schiff dann weiterentwickelt. Also, mir fehlt hier der eine Turm halt irgendwo auch, der uns dann gunmäßig halt nicht mehr so gut dastehen lässt eventuell. Ja, das sind so Sachen, die mir jetzt gerade durch den Kopf gehen. Ich kann aber erst natürlich richtig was dazu sagen, wenn ich das Schiff dann auch mal gefahren bin und man sich das auch angeguckt hat, wie sich Wargaming diese Schiff dann zurecht balanzt und dann halt irgendwann ins Spiel bringen will. Wir wissen auch nicht, zu welcher Währung diese Schiff dann kommen wird, weil zu der Veloz haben sie nämlich noch gar nichts gesagt. Also, lasst uns überrascht bleiben. Ich will hier nochmal den letzten Blick ermöglichen auf diesen Dampfer hier im Hafen von Rio. Ich hoffe jetzt, dass euch dieses Video gefallen hat und das für euch hilfreich war und ihr ein bisschen was mitgenommen habt vielleicht. Wenn es so ist, würde ich mich sehr freuen über euren Kommentar unterhalb des Videos, oberhalb der Gürtellinien schön bleiben, wie ihr das schon kennt. Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, Glocke drücken, damit ihr eben keine zukünftigen Videos mehr hier verpasst. Ob Ausblick, Flaschenpost oder Schiffseinweisung im Fokus, alles Mögliche haben wir hier für euch immer wieder parat. Würde mich auf jeden Fall freuen, euch in den nächsten Videos oder dann halt auch mal im Livestream bei Twitch zu begrüßen. Vielen Dank auch an die Kanalmitglieder, die hier den Kanal immer schön im Hintergrund mit unterstützen. Vielen herzlichen Dank dafür, für euren kontinuierlichen Support. In dem Sinne, habt eine coole Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Secret-Team, euer Andi. Ciao, ciao.